ja willkommen mein name ist dann ihre lp und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom a2 final mix geiler anfang in der letzten folge haben wir twilight town verlassen und haben den turm erreicht so heißt der turm einfach nur turm und ja hier befindet sich angeblich der alte lehrmeister von könig mickey und den wollen wir natürlich sehen und kann ich noch nicht ja carlo wartet draußen hat ein paar herzlose auf uns geschickt wusste nicht dass malefiz erledigt war und ja wir sind jetzt im dom und habe ich schon mit euch geredet kommt ja wirklich ganz schön spät her es ist schon ein jahr her dass wir mal ich jetzt besiegt haben und wir wissen ja ein jahr vergangen ist ich würde die gedacht dass wir hier auf karl treffen könnten nicht außerdem nicht nur in unserer sondern auch noch in der welt in dieser welt seit unwesen treibt okay jedenfalls weiter wenn man so ein schleim als hat er wirklich war sein naja ein paar levels wird kein gegner ignoriert würde ungern irgendwie auf screen trainieren so nebenbei hin und wieder mal mein hals ein bisschen zu öffnen wenn sie alle ersten kein problem muss jetzt nicht auch wenn ich viel mit roxas level ich dann einige fähigkeiten später nicht bekomme mit zora sogar einige sache verpasste deswegen habe ich jetzt da nicht so viel trainiert mit roxas und ja jetzt mal so viel machen wir wollen weil ich spiele jetzt noch mit zora auch ein bisschen wenig gefühlt schon 56 kombos hier normalen schatten leuchten brauche aber weil er umgeht ich selbst war eigentlich irgendwie so fünf oder sechs wahrscheinlich schnell 6 ja und da ist das klingt nach sehr wenig 18 ab hier ist noch okay er ab verkauft und an uns hat das gut die stehende treffe kommt her jetzt noch eine kombo unterstützung von donald ich wurde ja jetzt schon blitz hat die kämpfe dann so lange sondern da wird alles sowas von ändern wie die kämpfe später ablaufen dann glaubt ihr gar nicht aus ihr kennt das spiel und da haben wir unsere ersten neuen ärztlosen klapper soldaten heißen glaube ich so eine andere fahre normalerweise sind sie so wohl bei den final mix 1 auch schon so eine farbe kann man ja all geändert gegen feine mit personen weil aber sie sind ja so blau wie lange ich zu klaren kopf schon wieder zu klaren auf 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 ausgemischt und dann zu klären was man sieht was man übrigens noch noch aufkommen so ein dreck sind echt niemanden der die fischer leben kann außer uns aber können noch andere charaktere auch herzlose erledigen noch keine neue ability auch kein abitur wie er macht sind oder das kräftige trailer aber doch gar nichts also auch schon wieder Ich glaube ja, ne? So, einer. Ja, wo dabei geht vorm Hallen. Meister Jensen. Es ist eine Ehre. Hey dann, Sora, zeig ihnen Respekt. Also, du bist Sora. Nun dann, habt ihr noch den König gesehen? Ja, wir haben es gemacht, Meister. Aber wir hatten keine Chance, ihn zu sprechen. Ja, der König hat sich ziemlich verraten. Deshalb, es scheint, dass die Aufgabe, die Sie drei instructieren, fällt auf meine Beine. Sie haben eine gefährliche Reise vor dir. Sie müssen gut vorbereitet werden. Das heißt, dass wir noch eine andere Reise gehen? Ich bin gespannt, zu finden meinen Freund Riku, damit wir zurückgehen können. Ja, ich weiß. Aber, alles in Ihrer Reise, Sora, ist verbunden. Ob Sie finden, Ihre Weg nach den Islern. Ob Sie zurückkommen, oder mit Ihrem Freund. Und, ob Sie nicht die Isländer noch da sind. Und die Schlage, die sie alle verbunden sind, ist Sie, Sora. Ja, das ist ja überhaupt kein Druck. Ich bin... die Schlage? Ich bin... die Schlage? Ich bin... die Schlage? Ich sporte jeden. Dieses Buch hat eine wertvolle Erfahrung, die Sie für Ihre Reise brauchen. Studiere es genau. Okay. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Diese weißen Viecher. Okay. Aber hier ist eine Truhe. Oh. Da. Genau. Boink. Da. 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 Alles erkundet, haben. Ich habe irgendwie. Alles erkundet haben. Das macht irgendwie keinen D fool. Wir müssen das Buch lesen, so wie ein Zicke gesagt hat. Wir haben so lange geschlafen, wir müssen uns erstmal ein Grundlagen vor aufhören. Frauen füriert, das war ein seltsamer Thurn, ich frage mich, zu welchen Zwecke mit Bautour. Abenteuerregel acht, an einem neuen Ort, alles genau untersuchen, nein. das koppel willst du lesen kreis der anfang es ist glaube ich überhaupt nicht wichtig was hier drin steht aber trotzdem der anfang jede reise ermöglicht neue begegnen und jede gegner führt zu einem abschied wenn ein abschied darum um eine reise mündet öffnen die welten ihre herzen oder verführt von der dunkelheit freunde die den gleichen bande verbinden wo ihre wege sie woanders hinführen wenn du an den weg zweifelst den du hier beschritten dass wenn die hand die du hielt es verloren scheint hier kann leute auf das herz das einmal wahr denn es hält alle antworten bereit geil jetzt alles überblick zwischenspiel zwischenspiel ein langer traum trauriges abschied liegt in der luft dieser schrift ist die wirklichkeit ist illusion der weg den der jugende eingeschlagen hat führt zu seinen erinnerungen bist du gefangen im fluss der tage und ich die vergehen blicke erneut auf deine schritte damit alle die verwirrungen ein ende aber das war es irgendwie der antwort an chain of memories ich glaube das ist alles irgendwie so sachen fassen irgendwie kinemats 1 chain of memories und 2 zusammen kommt der tag an den dieser kampf geboren aus verwirrungen enden wird wie jedem wird das etwas anderes bedeuten kann die wirklichkeit das sein was verbogen ist der grund ist die bloße existenz und doch erinnerung kann man nicht hauen keine angst vertraue dein körper den samt geschenkt und eine erinnerung an schon bald wird ein flüchtiger rast vorbei sein und alles wird beginnen boah jetzt checke ich alles das ist nicht unbedingt durch ich habe mir irgendwelche fragen ja mal viel was bringt mir was bringt mir was bringt mir was kommt die hartlesser still running around Ihre Vergangenheit in der Vergangenheit Ihre Vergangenheit verabschieden eine riesige Fusion von Heartless von der Greatdarkness. Keine Fehler über das. Insofern, die Heartless sind die Schmerzen, und die Schmerzen noch in jedem Schmerzen. Die Schmerzen sind weniger, aber während die Schmerzen in einem einzigen Schmerzen wird es schwierig, zu eliminieren. Gorge! Das bedeutet, wenn jeder Herz voller Licht wäre, würde die Heartless weggehen. Ah! Jetzt ist es Zeit, zu sprechen, über die Schmerzen der Schmerzen. Ich wusste es! Ich hab's immer gewusst, Ronald. Ich hab's nie wirklich auf unserer Seite. Oh! Wenn einer wie du, Donald, auf die Schmerzen in ihrem Herzen wird sie auch eine Heartless werden. Aber du wirst das wissen. Die Heartless sind immer und immer suchen, neue Schmerzen zu holen. Never let your guard down! Jetzt... Ich hab's nicht ... 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 Einfach größer, einfach mit gefährdeten und unnüglichen Kraft. Be vigilant. Auf der Reise, du wirst ein enormes Begrüßt. Sie werden alle versuchen, dich zu verletzen. Sie sind noch nichts, nur Schäufe, destined zu zurück in der Dunkelheit. Aber... Die kennen wir aber. Ja, das ist ein Geheimnis. Kein Mensch funktioniert in einer höheren Art. Sie können denken und planen. Und es scheint, dass sie ein Ziel sind. Was dieser Ziel ist, wir wissen nicht. Der König sensiert das Gefahr und zurückgekehrt, um ihn zu kämpfen. Er hat den Kieler der Schmerzen und mit dem Kieler abgeholt die Tür. Jetzt geht er von Welt zu Welt, kämpft den Hörnchen, als er die Antwort auf die Riedel der Nobodies und Organisation 13 Aber da haben wir uns mit uns Und überhaupt nicht, nachdem wir im Schloss waren Äh, vorher, meine ich Die sehen ein bisschen zu klein für dich Von dort findest du drei gute Färzen Wenn du fragen willst, werden sie für dich die richtigen Hörnchen kreieren Gorscht, Sora! Du bist sicher schnell geworden! Äh, ich glaube... Ja, okay Dann wollt man neue Klamotten Messwatt und Schwarz Äh, Schwarz Sieht immer geil aus Ich möchte auch sobald ich im Anstelzimmer unbezogen habe Ich zeige euch Beweitet euch vor Ich hab's schon wieder echt mitgebläsen Oh! Was gelangt Ich war neue Klamotten Ich 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 Weitere Vielleicht denn Ra Dragon weil er meint roxas damit aber woher soll so habe ich schon ein bisschen bisher du dich umgezogen hast du es für euch zeit aufzubrechen ich bitte darum ich habe mich ein mädels Sora, Donald und Goofy. Oh, wenn du für Kleidung schaust, kommst du zum richtigen Ort. Ich werde das Designen machen. Oh, das wird das nie gemacht werden. Oh, jetzt, jetzt, Lieben. Aber du möchtest nicht das besser? Der ist mit Dunkelgrün, das wäre geil. Hold on. Bist du sicherlich? Bist du sicherlich? Warte, ich habe das auch gemacht. Ah, würdest du einfach entscheiden? Oh, Hmm. Oh, 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 oh. Ich bin nur auf die keyword zu, also. Ich��로? Genau, mit. Und kein Schmuck. Also. Awesome. Nein. Und schau mal, was passiert. Du bist so schnell. Du bist so schwer. Zwei P-Blade. Diese Reise wird so schwer wie du letzte Mal. deswegen ausgesagt haben wir einen stern suche die maximale anzahl der schläge einer luftkommunik und die helden vor uns das kommando drive durch kubis kräfte in die helden von zu wechseln jetzt kann ich mich verwandeln das mann drei politen so für klas wird in den rechten unteren ecke angezeigt also ja unten links aber wie meine leistung wie verhofft wenn du andere formen wir uns du bist stärker darüber im wechsel in einer anderen von die kräfte an der gefährden ist wenn du das mal so verschwinden sie allerdings die kräfte die auf die helfe von gefährten angewiesen sind genau wie du ohne gefährden deine reise nicht beschreiten kannst können die kleider ohne sie ihre kräfte nicht entfalten du hast bereits eine neue fähigkeit erlernt diese kleider müssen für dich bestimmt sein wir transforme so bringt eine volle kraft am stagesslich so nicht überstaunliche kippen wenn du in eine andere form wechselst auch wenn sie ist dann eine zeit da ob sie sich wieder transformieren kannst wird euch diese fähigkeit euren abenteuer von unschätzbaren nutzen sein ja untersuchen von dem geistigen augen siehst du ein bild wie du von der macht der dunkelheit mann hier ist von einem geistigen augen siehst du ein bild wie du das kraft in vollem ausmaß einsetzt das ist ein bild wie du magien vollem ausmaß einsetzt bilder vergangenen teilen gehen die durch den kopf ein vertraut kraft durchschrömmt ein geistigen augen siehst du ein bild wie du dir alle fähigkeiten angeeignet hast vielleicht ein geistigen augen siehst du ein bild wie das schlüsselschwert all seine macht entfaltet mhm fahrschneidungen ja mal zurück gib mir noch ein geschenk wo ist hoplasso du hast was verloren ah jetzt weiß ich wie fein wächst fein aus einer kleinen gefallen zu sein das was darauf abgebildet aus wie einem teil eines größeren bildes noch ein geschenk ja nun das ist nicht von uns aber das ist auch deine neue kleinung gefallen ist hat sicher was mit einem anderen zu tun pass gut darauf auf wenn du mehr dieser teile findest sollst du sie aufheben vielleicht lohnt es sich ich schreibe für dich auf was du schon gefunden hast ok das ist ein puzzle teilen von puzzle teilen findest du an unterschiedlichsten orten wenn du kannst du hast dich bestimmte abilities errechnen du siehst du welche teile du schon hast ich meine hier aber auch mal eins gott verdammt keine ahnung und da denke wir auch warum der gummijet also der jet so you guys ready to go now now just a moment because of your previous endeavors the worlds have returned to their original states that means the pathways between them have disappeared how do we get around do not fear do not fear if what the king suspected proves true the worlds have prepared new pathways along which you may travel these pathways may be utilized by unlocking special gates as how these gates are kin Ich bin Angst, dass ich nicht wissen. Aber die Keyblade wird als deine Geist sein. Wenn ein Blatt aus dem Keyblade radiert, zurück zum Gummi-Ship. Obwohl die Welt so weit entfernt und ausreichend ist, sie sind nicht mehr verbunden, wie unsere Herz. Unsere Herz sind verbunden. Das ist korrekt. Ich habe es. Aber bemerkt, als Sie weitergehen, die Herzlichen und die Nöblichen werden die eigenen Weg nutzen. Korridor der Dunkelheit von Welt zu Welt. Sie werden versuchen, diese Dunkelheit zu den Garten zwischen den Worlds. Hey, das ist das hier. Das ist genau. Jetzt dann. Das ist all die Informationen, die ich dir geben kann. Geh weiter, Sora, Donald und Goofy. Was niemand so anrufen und Donald sagt, ne? Das wird eine andere Anfrage. Okay, wir gehen. weitergehen. Master Lundson! Wir haben sicherlich die Hilfe. Wache weitergehen, was das ist. In der Zukunft nicht. Gehe. Wann fragt ihr mich? So, come on. Oh, no, the memories are coming back. What did we do? Oh, what did we do? Oh, super. Oh, goodness, no, no. Oh, well, this is Mary. Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry. Ja, der ist abgauen. Maleficent! Man, der kennt irgendwie alles aus dem ersten Teil zurück, oder? Oh, super. Boah. Ah. Pfade sind weg, wie im ersten Teil. Sie ist zurück. Ja, so sie sind zurück. Gottverdabend. Okay. Ja, das ist klar. Ja. Überhaupt noch 200. Ja. Ich denke, es ist eine Welt, die wir wissen. Ich denke, es ist eine Welt, die wir wissen. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann endlich das Abenteuer starten können. Endlich. Und ja, ich würde dann sagen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Abo, ein Like, ein Kommentar, ein Dislike, was auch immer. Ja. Und in dem Fall sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ja. 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 Ja.